ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von wirbels wildem wochenüberblick zur letzten woche da war ja ein bisschen was anders da kam ja der wochenüberblick am dienstag aufgrund dessen dass ich ein wenig krank war und das hat sich dann übers wochenende auch so gezogen so vorletzte woche wochenende und deswegen kam ich da nicht wirklich zum aufnehmen und ja deswegen musste ich dann quasi für diese woche für euch letzte woche soll ich es ist immer so verwirrend weil ich das ja normalerweise am sonntag aufnehmen und dann ist es für mich diese woche für euch letzte woche also auf jeden fall eh hier in der vergangenen woche ehm war es eben ja dann so dass ich zu allem dementsprechend quasi noch reste verwertet habe dadurch dass ich am fünften siebten sehr viel am matthos mask aufgenommen hatte kam dann noch einigermaßen was die anderen let's place haben da deswegen ein bisschen ausgesetzt und ja wie es jetzt in der kommenden woche aussieht wird es wohl so sein dass feuer um mitternacht wahrscheinlich auch noch mal aussetzen wird stardust chronicles habe schon aufgenommen matthos mask habe ich auch schon aufgenommen ähm matthos mask habe ich auch schon drei parts gerendert also bis mittwoch ist matthos mask gerettet und falls feuer um mitternacht doch noch die woche kommen sollte dann wurde es unter der woche aufgenommen und dann einfach quasi ähm ja äh wird dann quasi wenn dann ans ende der woche gehauen aber jetzt nicht so wie im normalen äh drei tages rhythmus sag ich mal das ist dann halt doch so ein bisschen das sind dann halt doch so ein bisschen hinterher ne einmal krank das hinkt dann halt doch so ein bisschen hinterher leider aber lässt sich halt nicht verhindern weil mir halt da echt wirklich ein bisschen aufnahmezeit gefehlt hat ne und nicht nur das dieses wochenende kam ich halt aufgrund dessen dass ich am ja gestern am samstag eben geburtstag hatte auch nicht so zum aufnehmen weil da dann auch noch unter anderem meine schwester eben dabei weil dann da war und dann haben wir ein bisschen gefeiert und so und ja ne also ähm hat mir dieses wochenende quasi auch noch mal ein bisschen aufnahmezeit gefehlt was dadurch dass ich das ganze jahr dann noch erst noch konvertieren muss damit ich es verarbeiten kann halt dann doch ein bisschen ne bisschen sich bemerkbar macht ähm ja ansonsten geht es mir gesundheitlich jetzt soweit im großen und ganzen wieder besser und ja da bin ich auf jeden fall froh drüber jetzt ist die sache was ich an diesem video ist auf jeden fall auch mal machen will lasst mich einen schluck trinken weil ich habe irgendwie schon wieder einen trockenen hals was ich in diesem video auf jeden fall auch mal machen will ist mich bei euch allen zu bedanken dafür dass ihr diese videos guckt ich glaube das mache ich viel zu selten dafür dass ihr die teil eben teils auch liked wenn sie euch gefallen haben gefällt mir sehr finde ich finde ich super freut mich auf jeden fall jedes mal und jetzt in letzter zeit ja bemerke ich das eben noch mal ein bisschen vermehrt weil auch mal chance mask mit den hd texturen sehr gut bei euch ankommt also für meine verhältnisse kanalverhältnisse sehr gut und ja dementsprechend wirklich vielen vielen dank das freut mich immer wirklich ziemlich arg ich habe auch tatsächlich bei bei mario maker 2 schon ein paar level bekommen ich muss da jetzt auch endlich mal weitermachen aber auch da er hat eben anhand der krankheit aufgrund der krankheit eben ein bisschen ausfälle gegeben leider gottes aber man sucht es sich nicht aus ich werde schauen dass ich diese woche wirklich dann mal weiter aufnehmen und wahrscheinlich auf den level von euch zocken werde und ja genau falls ihr übrigens feststellt dass ich auf einen kommentar von euch oder auf eine vor allem auf eine antwort von euch nicht immer gleich antwortet dann kann es entweder daran liegen was heißt entweder dann liegt es wohl daran dass youtube manchmal nicht so gerne manchmal benachrichtigungen nicht so gerne mag sagen wir es mal so youtube hält es nicht immer für notwendig ein darüber zu benachrichtigen was halt gerade für uns kleine kanäle echt schade ist wenn man so große kanäle in domtendo oder in luxe link oder sonst was die wissen dass kommentare drauf kommen die brauchen da gar nicht es ist gar nicht sich danach zu überlegen die gucken einfach immer wieder mal rein wenn es welche sind die antworten weiß ich nicht er ist oft die einzelnen größten kanäle nicht sagen aber ich glaube auch die werden hin und wieder mal antworten und ja bei uns klein ist es halt eher umgekehrt wir sind es halt häufig gewohnt keine kommentare zu bekommen und so und irgendwann schaust dann halt auch nicht mehr immer bei jedem video immer wieder mal rein oder so und gerade auch auf dem kanal der es seit sechs jahren auch videos macht kann es eben auch durchaus sein dass auch auf älteren videos mal kommentare kommen oder so und die übersieht man dann halt leider leicht wenn man nicht benachrichtigt wird also es ist keine böse absicht so viel sei auf jeden fall mal gesagt nur weil es dann neulich auch wieder probleme gab sag ich mal sowohl bei mir als auch bei zuschauer ich glaubt auf domi hieß er ich hab's gerade nicht mehr im kopf darf domi müsste das gewesen sein also da im zweifelsfall dann einfach noch mal irgendwie was schreiben und was auch automatisch raus gefiltert wird von youtube sind links wenn ihr links im kommentar habt dann werden die erstmal zur überprüfung zurückgehalten und da benachrichtigt youtube einen gar nicht drüber hat es noch nie gemacht da seht bekomme ich das nur immer wieder mal mit wenn ich dann doch mal reinschaue dort bekomme ich das dann per glück mit und irgendwie bin ich hier scheinbar an außenseiter der streckenwahl aber na gut na gut ähm ansonsten habe ich in meinem streaming layout was eingebaut und werde jetzt gleich wahrscheinlich auch nochmal ein ründchen streamen wollen ich werde das video ja noch verarbeiten und vielleicht auch vielleicht auch starrers chronicles mal schauen ähm und dann wohl noch ein bisschen streamen wollen wie lang kann ich noch nicht sagen je nach lust und laune aber für euch die jetzt dieses video hier seht ihr seht ist das ja egal aber was ich zum thema streamen noch sagen kann ich bin ja jemand der immer gerne über we stream auf mehreren plattformen streamt unter anderem auch auf twitch auf mixer war es glaube ich noch wo ich jetzt auch angefangen habe zu streamen und auf youtube die meisten meiner zuschauer kommen wohl von youtube ja manche davon haben sicherlich auch ein twitch account aber ich lasse da einfach den zuschauen also euch gerne die möglichkeit sich eine plattform auszuwählen die bei einem am besten funktioniert bei mir zum beispiel ist twitch selber wenn ich was schaue gerne mal ein bisschen laggy was über we stream relativ egal ist weil ich streame einmal an die server von we streamen und die verleiten das da leiten das dann weiter und wenn meine verbindung zu we streamen passt dann verpasst die quasi auch zu den anderen dementsprechend kann mir das dann egal sein weil die verweiter verteilung wird von denen vorgenommen deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut aber worauf ich eigentlich hinaus wollte wenn ihr da auch einen twitch account habt und euch irgendwas im stream wenn ihr irgendwas cool fandet oder so klips gerne wirklich klips gerne nehmt euch nehmt euch dem gerne an wenn ihr da lust habt dann kann man auch mal so eine kleine sammlung an clips machen vielleicht auch im best of oder so mal draus wer weiß sowas ist halt immer lustig so lustige szenen und wenn das ist halt der vorteil an streams weil wenn die gerade währenddessen passieren und man die dann kurz mal klippen kann dann ja dann hast du das natürlich auch schneller zusammen im zweisfall als wenn du jetzt noch mal ein ganzes video durchgucken müsstest ne aber ja also wirklich ich hab da nichts dagegen ihr dürft auch gerne materialien von mir für videos verwenden und auch selber irgendwelche best aus oder so erstellen da habe ich absolut kein problem mit das will ich hier an dieser stelle noch mal ganz offen und ehrlich sagen finde ich cool finde ich cool verlinkt mich da dann auch gerne wenn ihr irgendwas macht schau mir sehr gerne an also ja also für sowas sehr gerne wenn es jetzt irgendwie durch den dreck ziehen oder so ist ich glaube das muss man eigentlich nicht dazu sagen aber dann sieht die sache natürlich noch mal anders aus aber ja und mit durch den dreck ziehen mache ich jetzt nicht irgendwelche irgendwelche parodien oder sonst was die können ja auch ganz witzig sein sondern halt ja ich kann es jetzt schlecht erklären aber ich denke man hat da schon ein bisschen ein gefühl für ob das jetzt wirklich einfach nur komplett offen ist quasi zum niedermachen gemacht oder einfach nur zum zum spaß sag ich mal ja aber ich denke ihr wisst wie ich meine ich denke ihr wisst wie ich mein und ich glaube ich fahre jetzt noch eine runde und dann beende ich das video erst mal vielleicht ist ja dann gleich auch noch verarbeiten wert aber dann haben wir wahrscheinlich circa 15 minuten das ist auch eine ganz schöne länge dann schauen wir mal ob mir jetzt während dieser runde noch irgendwas einfall fällt was ich als sagen will oder sonst was ja schauen wir mal ich wollte nachher auch mal ausprobieren genau was ich auch noch sagen wollte ich wollte eigentlich auch mal zwischenzeitlich auch noch mal ein jump king stream tatsächlich machen aber irgendwie hat sich mein plug-in gedacht dass ich dafür vlc nutze ich funktioniere es mir nicht deswegen war mein schönes now playing was ich beim ersten jump king stream hatte so ein bisschen am arsch stand nur drin welches lied gerade läuft was ich aber da unbedingt haben will weil jump king selber hat ja keine musik im spiel sondern eben nur die sound effekte deswegen habe ich da eben selber musik hinterlegt und ja deswegen wollte ich dann halt durchaus auch wieder so wie beim ersten stream dieses no playing drin haben weiß ich es nicht was da das problem ist muss ich mal schauen ob ich das wieder hinkriege ich habe mir war etwas anderes für no playing runtergeladen aber das habe ich es nur nicht ausprobiert wobei ich das scheinbar schon mal runtergeladen hatte und es scheinbar nicht zurecht funktionieren wollte muss muss ich mal schauen was der sache ist ein geist ein geist reicher geist und ich habe den stern mal nutzen können ja der stern der sind mario kart echt ein trauriger geselle der wurde degradiert erhöht nur deine maximalgeschwindigkeit sondern nur deine beschleunigung was ein wenig schade ist was ein wenig schade ist deswegen hat er für mich wirklich so ein bisschen an dinge verloren an sind aber na gut ich würde sagen dann war es das für dieses video ich bedanke mich sehr fürs zuschauen hoffe ihr hattet wieder spaß und freude an diesem wochenüberblick über einen kommentar oder eine befreude wertung würde mich sehr freuen ihr kennt das ganze und wenn auch bei einem anderen video von mir wieder reinschauen würdet ja ansonsten habt noch einen schönen tag bis dahin macht's gut ciao ciao